Rolf Hoppe war ein deutscher Schauspieler. Er spielte in mehr als 400 Filmen und wurde dem Publikum vor allem in seinen Rollen als Bösewicht in Defa-Indianer-Filmen sowie als König im Märchenfilm Drei Haselnüsse für Aschenbrödel bekannt. Internationale Aufmerksamkeit erhielt er als »Ministerpräsident« im Filmdrama Mephisto. Leben, Herkunft und erste Jahre Rolf Hoppe wurde 1930 in der Kleinstadt Ellrich bei Nordhausen am Südrand des Harzes geboren und war der einzige Sohn des Bäckermeisters Hermann Hoppe. Er vertrat seinen Vater am Ende des Zweiten Weltkriegs in der Backstube und sollte die seit 1829 bestehende Schwarz-Weiß- und Feinbäckerei August Hoppe fortführen. Nach Abschluss der Volksschule machte er eine Bäckerlehre und arbeitete von 1945 bis 1948 auch als Kutscher. 1945 wurde er von der US-Armee zu Aufräumarbeiten im KZ Mittelbau-Dora beordert. 1946-47 war Hoppe als Schauspieler und Regisseur am Laientheater Ellrich tätig. Seine erste Bühnenrolle war die Titelrolle im Stück »Professor Mamlok«. Nach dem Schauspielstudium am Staatlichen Landeskonservatorium in Erfurt von 1949 bis 1951 war er aufgrund von akuten Stimmproblemen zunächst Tierpfleger beim Zirkus Eros. In der Spielzeit 1951 war er an den städtischen Bühnen Erfurt engagiert. Der Schulung seiner Stimme bei Richard Witzack am Institut für Sprechkunde in Halle folgte in der Spielzeit 1952-53 ein Engagement am Theater der Jungen Garde in Halle. Theaterkarriere Weitere Bühnenstationen Hoppes waren das Theater Greifswald, das Theater der Jungen Welt in Leipzig und das Theater Gera. Von 1962 bis 1972 arbeitete er am Staatstheater Dresden, zwischendurch am Deutschen Theater in Berlin, von 1976 bis 1985 wieder am Staatsschauspiel Dresden. Bei den Salzburger Festspielen trat er von 1983 bis 1989 in der Rolle des »Mammon«, im Jedermann mit Klaus-Maria Brandauer als Partner in der Titelrolle auf. Hoppe gastierte auch in der Schweiz, in Italien und China. Zu Hoppes wichtigen Theaterrollen gehörten Galli G. in »Brechts Mann ist Mann«, der Flieger Sun in »Der gute Mensch« von Sechuan, sowie in Dresden die Titelrolle in »König Lier«, der Dorfrichter Adam in »Der zerbrochene Krug«, der Klosterbruder in »Nathan der Weise«, Dr. Schimmelpfennig in »Vorsonnenaufgang«, »Torwald Helmer« in »Nora«, Luca in »Nachtasyl« und die Titelrolle in »Die Verschwörung des Fiesco zu Genua«. In der Spielzeit 1977 78 übernahm er am Staatsschauspiel Dresden den Pfleger des »Oristin Sofokles«, »Elektra«. Er spielte außerdem in Stücken von Alexei Nikolaevich Abuso, Joachim Knaut, Richard Brinzli Sheridan, Sean O'Casey, Helmut Zakowski, Peter Hax und Friedrich Dürrenmatt. Film und Fernsehen 1963 gab er in einer kleineren Rolle als Portier sein Filmdebüt in »Konrad Petzholz« »Jetzt und in der Stunde meines Todes«. Es folgten daraufhin zahlreiche Film- und Fernsehrollen in der DDR, unter anderem in dem Filmdrama Carla von 1965 als Lehrer Eifler, in »Konrad Wolfs Ich war 19« als Etappenmajor Bering und in der Historienkomödie Hauptmann Florian von der Mühle als Polizeidirektor. Im DEFA-Indianer-Film »Spur des Falken« und dessen Fortsetzung »Weiße Wölfe« übernahm er die Rolle des Schurken James Beschen. 1972 spielte er in dem DEFA-SW-Film »Leichensache zernickt«, noch ziemlich beleibt, einen kleinen Berliner Ganoven. 1973 war er in der Rolle des Käpt'n Burton in »Abhachen«, der 1975 mit Ulzana fortgesetzt wurde, zu sehen. In Václav Vorliceks Märchenfilm »Drei Haselnüsse für Aschenbrödel« verkörperte er den König an der Seite von Karin Lesch. Im Folgejahr übernahm er eine weitere Rolle in einem Märchenfilm. Er spielte den titelgebenden Puppenspieler und Erfinder in »Hans Röckle und der Teufel«. International bekannt wurde Hoppe 1981 durch seine Darstellung des NS-Ministerpräsidenten von Preußen Hermann Göring in dem nach Klausmanns Roman entstandenen Spielfilm »Mephisto« von István Schabó, der 1982 den Oscar für den besten fremdsprachigen Film erhielt. Aufgrund dieser Rolle wurde er in Peter Schamones Spielfilm »Frühlingssinfonie« besetzt, wo er den Musiker und Musikpädagogen Friedrich Wieck und Vater von Clara Schumann verkörperte. 1984 spielte er an der Seite von Paulus Manka in Michael Haneckes Fernsehfilm »Wer war Edgar Allen?«. In der Friedrich Hölderlin-Verfilmung »Hälfte des Lebens« spielte er den Schriftsteller Wilhelm Heinze. In dem sechsteiligen Fernsehfilm »Sachsens Glanz und Preußens Gloria« übernahm er die Rolle von August III., dem Sohn Augusts des Starken. 1989 spielte er zusammen mit Götz-George und Otto Sander in »Der Bruch« einen Schwerverbrecher. Auch nach der Wende konnte sich Hoppe weiter als Schauspieler etablieren. 1992 spielte er die Rolle des Fabrikanten und Altnazis Karl Lenz im Satirefilm »Stonk«. 1993 gab er in »Mario und der Zauberer« unter der Regie von Klaus Maria Brandauer den Präfekten Angiulieri. In dem österreichisch-deutschen Spielfilm »Comedian Harmonists« verkörperte er den nationalsozialistischen Politiker Julius Streicher. In Volker Schlöndorfs US-amerikanisch-deutschen Thriller »Palmetto« »Dumme Sterben nicht« ausspielte Hoppe den Felix Malruh. In Rolf Losanskais »Märchenverfilmung« »Hans im Glück« übernahm er die Rolle des Kaufmannes und Reiters, der Hans sein schnelles Pferd, »Sausewind«, gegen den Goldklumpen des Müller-Lehrlings eintauschen möchte. In dem Fernsehmelodram »Am Ende siegt die Liebe« war er in der Rolle des Max Sander zu sehen. In der Filmkomödie »Alles auf Zucker« spielte er den Rabbiner Ginzberg. In der Kriminalfilmreihe »Kommissario Laurenzi« verkörperte er den Rechtsmediziner Galvano. 2012 besetzte ihn Toke Konstantin Hebbeln in seinem melodramatischen Film »Gewollten aufs Meer«, wo er den Stasio Bastseeler spielte. In der Ken Follett-Verfilmung des ZDF »Die Pfeiler der Macht«, die 2016 ins Fernsehen kam, übernahm er die Rolle des Familienoberhaupts und Patriarchen Zettpilaster. Von 1994 bis 2003 wirkte er in mehreren Filmen der Fernsehreihe »Tatort« mit. Im Tatort »Der schwarze Engel« spielte er den Richard Tauber, im Tatort »Der Spezialist« übernahm er die Rolle des Kommissars Karl Amont, im Tatort »Parteifreunde« war er der ehemalige Parteilandesvorsitzende Eberhard Zuthoff, im Tatort »Schlaflose Nächte« verkörperte er die Rolle des Walter Severing, im Tatort. »Tödlicher Galopp« spielte er Kasunke, einen Pferdekenner und Stammbesucher der Rennbahn und in seinem letzten Tatort »Der schwarze Troll« war er der Hausarzt Dr. Paul Knötgen. Daneben hatte er Episodenrollen in »Kommissar Rex«, »Das Traumschiff«, »Die Verbrechen des Professor Capellarie«, »Der Bulle von Tölz«, »Der letzte Zeuge«, »Soko Kitzbühl« und »Küstenwache«. Seine letzte Rolle hatte er im Spätsommer 2016 in der Folge »Zwischen Tod und Leben« der ZDF-Krimireihe Spreewald Krimi als Hermann Stein, eine Rolle die er bereits 2012 in der Folge eine tödliche Legende hatte. Neben zahlreichen Auftritten in Spielfilmen und Fernsehproduktionen wirkte Hoppe auch als Sprecher in Kinderhörspielen mit, wie zum Beispiel als »Das weiße Kaninchen« in »Alice im Wunderland«, als Erzähler in »Brüderchen und Schwesterchen« und als geschichtenerzählender Wind in »Der Fischer« und seine Frau zusammen mit Kurt Böwe. Von der Tageszeitung Dresdner Neueste Nachrichten war er im Jahre 2000 zu einem der »100 Dresdner des 20. Jahrhunderts« gewählt worden. Weitere Theatertätigkeiten Hoppe war Prinzipal des Hoftheaters Dresden, eines Kammertheaters in einem ehemaligen Bauernhof in Dresden-Weißig. Er gründete 1995 einen Verein mit der Vision eines solchen Theaters, kaufte und spendete den Hof dem Verein. Der Spielplan orientiert sich am künstlerischen Anspruch Hoppes. Mehr als zwei Jahrzehnte hat sich Hoppe mit seinem privaten Theater auf Schloss Wesenstein vielfältig kulturell engagiert. Dort brachte er zum Beispiel seine musikalisch-literarische Reihe Dresdner Dreiklänge zur Aufführung und las Märchen, Balladen und Geistergeschichten. Im November 2006 brachten Hoppe und der Sänger Heinz-Rudolf Kunze dort ihr gemeinsames Programm Saxophonie zur Aufführung. Sie präsentierten persönliche Lieblingstexte verschiedener Autoren aus Sachsen und Niedersachsen und sangen auch. Privates Hoppe war verheiratet und lebte zuletzt in Dresden-Weißig. Seine Töchter Christine Hoppe und Josefine Hoppe sind ebenfalls Schauspielerinnen. Auch sein Enkel Oskar Hoppe schlug diesen Berufsweg ein. Anlässlich seines 85. Geburtstages gab es vom 1. November 2015 bis 1. Mai 2016 auf Schloss Wesenstein eine Ausstellung unter dem Titel Rolf Hoppe. Ein Schauspiel erleben. Rolf Hoppe starb im November 2018 im Alter von 87 Jahren. Er wurde auf dem Dresdner Waldfriedhof Weißer Hirsch beigesetzt. Auszeichnungen Hoppe hat im Laufe seiner Karriere mehrere Preise gewonnen, unter anderem den Nationalpreis der DDR, den Adolf Grimme-Preis, die Goldene Henne sowie den Orden des Dresdner Semper-Opernballs. 1971, Nationalpreis der DDR 1. Klasse für Kunst und Literatur 1981, Preis der Film- und Fernsehkritik des Ungarischen Journalistenverbandes für seine Darstellung des Göring bzw. des Generals in Istvan Schabos Spielfilm Mephisto 1995, Lessing-Preis des Freistaates Sachsen 1996, Ehrenbürger der Stadt Ellrich 1998, Adolf Grimme-Preis für seine Darstellung des Heinz Baranowski in dem mehrteiligen Fernsehfilm Saatsch 2005, Goldene Henne für sein Lebenswerk 2007, Kunstpreis der Landeshauptstadt Dresden 2008, Preis der DEFA-Stiftung für die Verdienste um den deutschen Film 2010, Verdienstkreuz 1. Klasse des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland 2015, Paula-Preis des Progress-Filmverleihs 2015, Deutscher Schauspieler-Preis für sein Lebenswerk 2017, Sankt-Georgs-Orden des Semper-Opernballs 2017, Märchenfilm-Festival-Preis Fabulix für sein Lebenswerk.